Ebenfalls noch in diesem Jahr soll mit dem Ausbau der Einsteinstraße in Hoyerswerda begonnen werden. Voraussichtlich ab dem Frühherbst sind erste Arbeiten geplant. Zwischen der Bautzener Brücke und der Karstadteinfahrt wird die Straße komplett ausgebaut, die Rad- und Gehwege sowie die Beleuchtung mittels LED-Lampen erneuert. Rund 1,4 Millionen Euro sind für die Maßnahmen veranschlagt. Das Gros der Arbeiten wird in 2015 erfolgen.